Wie ihr vielleicht wisst, hat Yvonne sich ja mit Corona angesteckt. Und da ich ihr gleich sowieso was vor die Tür bringen wollte, dachte ich, nehme ich einfach mal ein kleines Genesungskörbchen mit. Damit hat sie nicht gerechnet und sie wird sich bestimmt freuen. Dann befüllen wir das Ganze als allererstes natürlich ein bisschen Füllmaterial. Ich habe einmal diesen leckeren Saft gekauft. Dann noch Lachgummis und Kinderschokolade. Dann habe ich ihr noch Bärchenwurst mitgenommen. Dann noch lecker Knobbers. Und dann noch so einen Kräutertee. Dann noch ein paar von den Chocobonks Crispy, die wollte sie nämlich unbedingt probieren. Und zu guter Letzt habe ich dann noch drei Donuts hier mitgenommen. Und noch ein Schokokroissant und ein normales Croissant. Und natürlich auch noch eine gute Besserungskarte. Ich habe jetzt noch ein paar Snacks geholt. Einen Koronski-Test und einen Smoothie und einen Ingwer-Shot, damit sie schnell wieder gesund wird. Jetzt liegt hier alles im Aufzug. Und jetzt lasse ich das mal hochfahren.